So, wir sind jetzt wieder hier in Wetzlar und zwar haben wir heute verschiedene Sachen zu machen und zwar einmal die Sauna und Steuerung. Die machen wir jetzt gleich, da liegen die ganzen Kabel am Boden und dann ist der Victor schon dran am Basteln und zwar kommen hier so Hängeleuchten hin. Einer hat der Victor schon aufgehängt, hier wo das Waschbecken hinkommt und die zweite kommt jetzt gerade. Und dann haben wir hier die Nische, ähnlich wie unten im Bad. Hier haben wir nur das Problem, also hier kommen zwei Spots rein. Problem ist nur hier, ich habe damals hier oben drüber ein dicker Balken, den habe ich komplett durchgebohrt, weil jetzt die Wand ist ziemlich dick voller Balken, weil die Waschbecken einer nachher drüben frei schwebend hängen wird, so ein riesen Tisch und allem drum dran, der fehlt noch. Jetzt hat der Fliesenleger einfach hier Löcher reingebohrt, die Fliese drunter geklebt, aber wir haben jetzt einen Versatz hier drin von anderthalb bis zwei Zentimeter, wo mein Loch weiter hinten ist, was gegangen wäre, aber naja. Jetzt müssen wir das irgendwie da rauskriegen, das muss ich jetzt rausfreisen mit dem Multimaster. Meine Hand vibriert. Ja, das war die Hand, oder? Mhm. Das war die Hand, oder? Mhm. Das war die Hand, oder? Mhm. Das war die Hand. Da, oder? Ja. Ja. Die Hand. Mhm. Die Hand captain. Das ist die Frage, wie ich da bewirft mich mit Kabeln. Jetzt wickeln wir erstmal hier ein bisschen mehr zusammen, dass das Zeug noch dran kommen. Das jetzt hoch schieben hier, dass nachher nicht irgendwo in der Band verschwunden ist. Mal testen, dass wir den mit einer Klammer in die Klammer aushängen. Wir müssen den einkleben, weil mit der Klammer haben wir keine Chance, so weit nach oben zu kommen, weil da bräuchten wir ein längeres Werkzeug für den Multimaster, um den ganzen Balken, weil der geht weg, der geht hier fast 12 cm hoch, um das da rauszukriegen. Gehst du raus, du Klammer? Aua! 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 So, dass wir den einkleben können, ohne ohne was. Der Versuchwert, der so reinpasst. Aber da muss man ein bisschen von dem Fliesenkleber weg machen. Warum hängen da so viele Kabel? Und zwar von hier aus geht das noch weiter. Hier kommt die Zuleitung rein, in Form der Verteilung, von dem Dimmer. Und von hier aus geht dann nochmal ein 7x05 hier hinter zum WC, da kommt noch ein Schrank hin, wo ein kleines Stückchen Streit reinkommt, das leuchtet dann gleich, da haben wir keine separaten Zuleitungen dafür. So, da schließt der Victor noch die zweite Hängeleuchte an. So, da sind die zweite Hänge und die zweite Hänge leuchtendung. So, da stehen wir rechts und wirce und wircegen die dritte Hänge jetzt hier an. Okay. so ich brauche 5er klemmen scheiße die leuchtmittel von den lampen die fehlen noch die müssen noch besorgen wir brauchen etwas dimmbares was wir ansteuern können so oberhalb von den balken so und jetzt klebstuf da habe ich auch hier den von sodal nehme ich am meisten ziehe den hier diesen fix all turbo 20 minuten kleber so 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 jetzt brauche ich etwas zum klemmen ich fall ja nicht raus ich kann mal stecheisen hier geht in der länge hier nicht so ganz aber so im silikon ist gut nicht so der ideale klemm faktor den ich mir vorstelle so jetzt brauche ich erstmal einen lappen und ein bisschen klopapier für den überschüssigen kleber so hier hat der wegzahrefen noch eingebaut und zwar hier die für die bei der schiebetür diese griffmulden die passten von der größe da nicht rein dann hat der multimaster ein bisschen größer gemacht und dann haben wir die hier eingeklebt jetzt halten die schraub zwingen die gerade zusammen rechts links aber die klemm zwingen dass die hart werden so jetzt fangen wir mit der sauna an und zwar habe ich hier schon mal ein loch auf höhe genau durchgebohrt wo in der ofennah montiert ist jetzt haben wir hier das 5x25 silikonkabel von denen das loch sollte eigentlich schon 13 loch gebohrt dann machen wir es jetzt so dass man die fi jetzt nicht rausschmeißen machen wir jetzt mal bei dem n machen wir jetzt mal ein isoband dann drum so da kann man den ofen ja anschließend ziehen wir es zurück und den rest können wir hinter die sauna legen also hier vor die sauna kommt hier sollen wir noch später eine wand davor setzen mit rehgips und die dann außen auch hier die farbe bekommt wie die wände und das kommt natürlich später weil die sauna muss ja erst noch ein paar mal in betrieb sein damit ich das holz ein bisschen setzen kann und wir müssen das eh so bauen dass es eine separate wand ist die nicht direkt an der sauna dran befestigt ist das auf jeden fall so zubehör zubehör und zwar schraubung schraubung kann man nicht machen glaube ich wegen der temperatur aber wir können mal gucken hier unten gibt es ja noch zubehör hier ist sowas das sieht mal ganz nach ofen aus aber das sieht auch die abdeckung das deckel für hinten drauf so 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 wird geschieht jetzt den ofen an und zwar so wir haben ja normal eine hülse mit kragen wir tun die hülse jetzt immer andersrum dann drauf schieben ohne kragen und dass wir den kragen abhaben weil meine sorge ist immer dass irgendwann der kragen anfängt zu schmilsen bei so einem ofen fängt es an zu stinken dass wir eben die hülsen nehmen ohne kragen den kragen abmalen von der hülse ab so so Musik Musik Das ist ein Drehstrom-Sauna-Ofen mit 7,5 kW auf drei Phasen aufgeteilt. Und die Sauna ist bestellt worden ohne Steuerung, dass wir eine Steuerung realisieren können. Und dann müssen wir gleich die Sicherheitsfunktionen noch einbauen. So, jetzt hängt der Victor den Ofen da in diese Nische rein. Da ist ja so ein Halter hinten dran. Und ich ziehe derzeit das Kabel zurück. Mehr. Gut. So, das ist der Ofen jetzt montiert. Dann nebenbei dem Kabel, da habe ich eine kleine Schlaufe gelassen. Das heißt, man kann den aushängen und am Boden stellen, wenn man das Holzteil abmacht. Und jetzt baut der Victor dann die Steine noch ein in den Ofen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.